Hallo liebe Skorpion und herzlich Willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat Juni. Manche sind mir letzten Monat entfolgt. Ich habe nämlich keine Videos rausgebracht. Ich habe es wegen meiner kleinen Tochter einfach nicht geschafft. Ich war selber sehr traurig. Ihr braucht mich da nicht deabonnieren, dass ihr das wisst. Es wird immer was von mir kommen, auch wenn ich es einen Monat mal nicht schaffe. Ich höre jetzt nicht mit YouTube auf. Also wirklich nicht. Es macht mir so viel Spaß. Ich bin dann selber sehr traurig und schaffe es halt einfach zeitlich nicht. Genau. Wer das ganze schon kennt, was ich am Anfang erkläre, ihr könnt ungefähr auf eineinhalb Minuten vorspulen, dass ihr das wisst. Also lieber Skorpion, wer das erste Mal zuschaut, so eine Legung kann auf euch zutreffen. Musst ihr aber nicht. Wenn ihr sagt, es tut euch nicht gut oder hä, was hat es mit mir zu tun? Dann hat es meistens auch nichts mit euch zu tun. Dann noch zur Erklärung in meinen Karten gibt es einmal die Damenkarte. Das seid ihr selbst liebe Skorpione, auch wenn ihr ein männlicher Skorpion seid. Da taucht praktisch dann ihr auf. Und dann gibt es noch die Herrenkarte. Das ist euer Gegenüber, der Mensch, bei dem euer Herz hängt. Das kann natürlich auch eine Frau sein. Also hier können die Geschlechterrollen vertauscht sein, dass ihr das wisst. Wir schauen jetzt, was eure Hauptthemen im Juni sind und was ihr in der Liebe, also zu eurem Partner denkt und fühlt und was euer Partner zu euch denkt und fühlt. Gut, fangen wir gleich mal an. Liebes Universum, ich gebe mir einen Blick in den Monat Juni, ins Hauptthema meiner Skorpione im Monat Juni. Was sind die Hauptthemen oder was beschäftigt die Skorpione hauptsächlich? Wir haben einmal die Sense, einmal die Störche und einmal das Herz. Also liebes Skorpione, es wird im Juni eine sehr, sehr plötzliche Veränderung auf euch zukommen, die ihr nicht kommen seht, die ihr nicht planen könnt. So ein bisschen könnt ihr sie jetzt doch planen, da ihr jetzt hier mein Video angeschaut habt. Wir schauen aber mal, um was geht es denn bei der Veränderung. Und dann habt ihr noch als Hauptthema hier eure Gefühle, das Thema Liebe. Das brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht klären, weil da erfahren wir dann, was in eurer Liebe los ist, wenn wir nachher reinschauen. Also gut, was hat es hier mit dieser plötzlichen Veränderung auf sich? Ui, das sind zu viele. Um was geht es da genau? Um etwas Neues. Ich möchte aber noch einer. Was Neues. Was ist da neu? Okay, dieses Plötzliche, was hier auf euch zukommt, das kann für alle, die schon Kinder haben, etwas mit euren Kindern zu tun haben. Für alle, die noch keine Kinder haben, eher nicht, logischerweise. Hier kommt irgendwas, mit Kindern weiß man das oft, was Unerwartetes kommt. Hier müsst ihr irgendwas neu angehen. Also ihr könnt es nicht so weitermachen, wie das bis jetzt war. Ihr könntet hier, wenn ihr Kinder habt, jemand ein neues treffen, der auch Kinder hat. Und da kann irgendwie sowas wie eine neue Freundschaft oder sowas vielleicht beginnen. Etwas ganz Plötzliches kommt da. Ihr lernt plötzlich jemanden kennen. Vielleicht lernen eure Kinder plötzlich jemanden kennen. Das spricht aber einfach dafür, dass irgendetwas, was schon rituell bei euch war, so nicht bleibt, sondern sich plötzlich einfach verändert. Was das ist, bin ich ja ganz gespannt. Ihr wahrscheinlich jetzt auch. Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, dann geht es hauptsächlich noch ums Thema Liebe. Da schauen wir jetzt gleich rein. Liebe Skorpione, Liebes Universum, gib mir Einblick, was denken und fühlen meine lieben Skorpione im Juni Ich bin immer selber ganz gespannt. Diesen Monat haben wir nämlich so bei allen Legungen so eine nicht Trennungsenergie, aber jeder stößt irgendwie an seine Grenzen und jeder geht irgendwie einen neuen Weg der Entwicklung. Und ja, ganz, ganz spannend. Also, was denkt ihr im Thema Liebe? Ihr habt den Ring, die Wolken und die Sterne. Ihr habt wegen eurer Verbindung, wegen eurer Partnerschaft eine Nebelwand. Euch ist hier irgendwas unklar. Entweder wisst ihr nicht mehr, was ihr wollt oder es gibt irgendwelche Dinge in der Beziehung, wo ihr schon ganz wirre seid. Ihr wisst hier irgendwie keinen Ausweg mehr. Darüber macht ihr euch die ganze Zeit Gedanken, wie ihr diese diese Nebelwand hier loswerdet. Aber es ist ganz einfach, ganz schön. Bei euch brauchen wir gar keine Klärungskarten ziehen. Diese Nebelwand verschwindet im Juni von ganz alleine. Ihr kommt hier wegen, ich weiß nicht, am besten geht ihr es ruhig an und denkt gar nicht alles durch. Ihr kommt hier von alleine in die Klarheit. Gedanklich wisst ihr dann, was ihr möchtet oder was ja, was einfach Klarheit in die Beziehung bringt. Dann schauen wir, was fühlt ihr zu einem Partner. Da haben wir das Haus, die Fische und den Hund. Partner mit dem Haus und den Fischen eine Stabilität, eine gewisse Sicherheit. Ja, ich sehe jetzt hier nicht die super großen Gefühle, aber wenn ihr mal vor Gefühlen sprudelt, das muss ja nicht heißen, dass die Liebe deswegen genauso viel Stabilität und Sicherheit bieten kann, wie diese zwei Karten hier. Also es ist nicht, lasst euch jetzt nicht abstrecken von diesem Bild der Fische und dem Haus, was das jetzt hier in der Liebe heißt. Es spricht schon für eine große Stabilität. Und dann haben wir noch eine sehr schöne Karte, was ihr zu eurem Gegenüber fühlt, nämlich hier in der Verbundenheit durch gleichzeitig nicht nur eine Partnerschaft, sondern auch eine Freundschaft. Und ja, ihr fühlt euch hier gut behandelt. Ihr fühlt euch nicht, als würde euch hier jemand hinters Licht führen, hintergehen wollen, irgendwie sowas. Ihr seid hier ganz stabil und ich glaube, ihr könnt in eurer Verbindung ganz ruhig sein. Ja. Dann schauen wir mal, was denkt und fühlt euer Gegenüber zu euch. Was denken und fühlen? die Partner der Skorpione im Juni. Hm. Nicht gespannt. Bei euch ist aber nicht so durcheinander, kann ich gleich mal dazu sagen, liebe Skorpione, wie bei manch anderen. Da geht es richtig drunter und drüber. Bei euch ist noch alles so im Rahmen und normal und relativ relaxed. Sieht so nach einem normalen Alltag aus irgendwie. Gut, was fühlt euer Gegenüber? Einmal den Sarg. Hm. Hm. Wir haben hier das Ende einer Affäre. Falls ihr ein Gegenüber habt, das eine Affäre hatte, dann hat diese Affäre ein Ende. Hm. Darüber macht sich euer Gegenüber auf jeden Fall Gedanken. Es kann aber auch einfach sein, dass für euer Gegenüber die Anziehung, die Attraktivität von euch irgendwie vorbei ist. Vielleicht haben wir hier wieder so einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die hier irgendwie, obwohl ihr eigentlich zufrieden seid, was anderes möchte. Hm. Und wir haben hier den Schlüssel zu etwas oder eine gewisse Sicherheit. Jetzt schauen wir mal. Da ziehen wir mal die Klärungskarte. Was hat es mit dem Schlüssel auf sich? Oh, da ist einer auf den Boden gefallen. Na ja. Euer Gegenüber bekommt die Sicherheit, dass ihr von euch oder möchte die Sicherheit von euch haben, dass ihr beide dieselben Absichten habt, dass ihr beide dasselbe Ziel habt. vielleicht spricht euer Gegenüber auch nicht aus, aber darum drehen sich die Gedanken so. Vielleicht wird hier tatsächlich bei manchen ganz selten, glaube ich, hier eine Affäre beendet und dann ist es aber plötzlich so, dieser Mensch beendet eine Affäre und denkt sich so, ach, jetzt muss mein Gegenüber plötzlich das Gleiche wollen wie ich, weil ich habe ja meine Affäre beendet, bei mir ist ja jetzt alles total geordnet und jetzt fordere ich gleich mal. Könnte natürlich auch sein, ja, würde ich nicht so drauf eingehen, ehrlich gesagt, aber ja, euer Gegenüber möchte wissen, was ihr wollt, weil euer Gegenüber weiß, was er oder sie will. Gut, was fühlt euer Gegenüber zu euch? Euer Gegenüber fühlt, dass hier irgendwie ein Entscheidungsweg her muss. Okay, wir haben wieder eine Person, die hier einen neuen Weg einschlägt. Euer Gegenüber fühlt hier Kummer. Kummer. Oder möchte über diesen Kummer reden, kann auch sein, dass es kein Kummer ist und einfach nur euer Gegenüber viel in Gespräche gehen möchte, sich einfach danach fühlt, viel zu reden, ich glaube aber euer Gegenüber fühlt Kummer und möchte deshalb hier eventuell neue Wege gehen. Das steht aber so ein bisschen noch in den Sternen, das kann sein, dass das im Juni noch nicht umgesetzt wird. Liebe Skorpione, ich hoffe, das hat euch was gebracht, euch irgendwie ein bisschen Klarheit gebracht, ich wünsche euch einen ganz schönen Monat Juni, trotz wie alles steht und freue mich, wenn ihr im Juli wieder reinschaut, wenn ihr sagt, euch ist irgendwie was unklar, ihr wollt was Persönliches zu euch genau wissen, dann schreibt mich auf Instagram an, ich biete ihr auch persönliche Legungen. Ansonsten macht es gut, bis nächsten Monat, ciao! Tschau! 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 Bis zum nächsten Mal.